Die Komposition ist überliefert in einem Brief des römischen Kohortenschreibers Albinus Justus Perenius aus der Gegend der Donau. Um eine Reduktion der Noten wird nicht nur gebeten, sondern aufs Gesetz gewiesen, das einzuhalten, derer Behörden amtlich vorgeschrieben ist. Do, da, di, da, du, da, a, do, da. Was möchtest du jetzt wieder sagen? Geh bitte einmal auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017